Norddeutscher Rundfunk 2021 Also, ich heisse Mathis, bin 15 und gehe seit elf Jahren in die Schule in Viedermonte. Am liebsten mache ich im Moment eigentlich. Schlagzeug spiele ich am liebsten jetzt im Moment. Basketball spiele ich viel und Kompi bin ich auch noch. Und sonst auch noch viele Spiele. Das Wichtigste, was ich in Viedermonte gelernt habe, ist Respekt, keine Gewalt, auch kein Druck und Lesen und Schreiben. Kann ich hier so mit Blumen rumspielen? Auf jeden Fall selbstständig sein. Das ist... keine Ahnung. Falls Sie weitere Auskünfte wollen, präzisieren Sie bitte jetzt Ihre Eingabe. Echte Liebe, falsche Liebe, ewige Liebe, Liebe auf den ersten, zweiten und dritten Blick, verlorene Liebe, alte Liebe, neue Liebe... Aufhören! Ich kenne das alles nicht. Und einfach... die checken das nie, wenn man irgendwie aus der Viedermonte erzählt. Machen, was man will. Wir müssen ja arbeiten. Lass das bitte sein. Ich habe einen Besuch beim König zu finden. Haben Sie ihn gesehen? Der süsser Fritz mit einem Hund zu mal aufgerichten würde. Einer von den Geistern, der dich Helmsopfer hat. Ich bin die Johanna, ich bin 16 und ich bin schon seit 11 Jahren hier in der Villa Monté. Ich möchte sehr gerne packen, mit den kleinen Kindern von Kinski spielen, lesen, mit den anderen reden und einfach da sein. Ich bin endlich mitten drin im Weltgeschehen und gleichzeitig so nah bei mir selbst wie noch nie zuvor. Ich freue mich, dass ich alles gewinnt bin, sage ich Ihnen! Wow! Wow! Villa Monté ist für mich wie ein zweites Zuhause geworden. Es ist mega schön, einfach hier zu sein, mit der Rosi zu reden, das Theater zu machen. Einfach sein. Wann wurde das? Ich bin nur nicht mehr zu. Zwei! Nein! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mein Name ist Leila, ich bin 16 Jahre alt und bin seit 13 Jahren an dieser Schule. Ich spiele gerne Klavier, tanze, mit Kollegen reden und einfach mit ihnen sein. An dieser Schule gefällt mir, dass wir jeden Tag selber wählen können, was wir machen können. Wieso hast du Angst, dass es drei Wochen wird? Du kannst dich anmelden, wenn du den Ausweis hast. Ich bin die Mea, ich bin 16 Jahre alt und bin seit 13 Jahren in dieser Schule. Ich tanze gerne und ich boche gerne und ich bin sehr froh, dass ich in die Schule gegangen bin und jetzt meine Lehre anfangen kann als Bäckerin. Ich kann dich auch holen und ich schlafe dich nicht mehr, dann kann ich ja auch. So, da ist noch ein bisschen, was ist das? Ja, aber dann hat es noch Spaß. Doh, danke! Ich schlafe dich nicht! Mach es dich nicht mehr. Ich schlafe dich nicht mehr. Du bist auch schon in der Schule und ich so, wie ich dich gehe. Hey, Ola, du schlagst du an dich! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik 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 Die Liste. Sven. Nein! Nein, Mann! Ich verliere ja meinen Cousin. Ähm... Ich nehme... Cousin, Sven, 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 Sven. Nein, und jetzt, als er herkommt, er in das Dorf gingen, sehen alle aus, wie er alle hinterherkommt. Stopp! Und jetzt, als er herkommt... Ihm tut es immer noch etwas weh. Ich mache jetzt... Bis zum 10 Mal in der Woche. Okay, ja. Nicht abzählen. Du kannst nicht fahren. Scheiße. Zweimal durch. Nein, ich habe ihn zuerst abgebucht. Ah! Sorry, ich muss es zuerst machen.